Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Night Stalker. Skeletors Roboter wehrt gegen Bashesaurus mit He-Man. Achtung, der Randwall schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Bashesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtgröße mit den Wirbeln in Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel.